Und da sind wir wieder. Pixel-Background ist am Start mit der neuesten Folge unseres Jump-Map-Disasters. Wer die erste Folge gesehen hat, weiß, wovon ich spreche. Oh ja. Ich, das ist André. Hier. Hallo. Ja, hallo. Und das ist Michael. Kennt ihr ja. Guten Tag. Und wir machen direkt weiter. Da, wo wir aufgehört haben. Naja, weit sind wir ja noch nicht gekommen, also von dem her. Mach's gut. Ich folge dir einfach mal. Das ist nicht der Sinn. Geh weg. Dein Bobo-Loch sehe ich. Du verstopfst hier den Weg. So. Haha. Wissen Sie, was fies ist? Oh, du. Du, ich sag, du helendiger. Du, ach. Wir kommen da jetzt nicht mehr hoch, oder? Wir kommen da, glaub ich, nicht mehr hoch wegen dir. Haha. Ey. Wir gehen ja aus dem Weg. Das ist wahr. Na toll. Oh m- ey, ne Ach, nicht so blöd Ich fass es nicht Oh Also wir haben unseren Minecraft Meister gefunden, Jumpmaps Du bist da echt rüber gesp... Du Idiot, du musst dir doch, du kannst den Block doch weg machen Wie komm ich da hin von da? Ich hab's gar nicht ausprobiert Du hast grad den Mörder-Jump gemacht Ich lerne es, du bist Nicht mal erst den Block da weg Yeah Yeah Oh, nein Beim Rückwärtslauch Hast du geschafft? Hast du runtergefallen? Nein Da Ich sag's doch Man Mann Scheiß die Wand an Ey, ne André, das können wir uns doch nicht antun hier Wir ziehen diese Map durch und wenn's 100 Folgen dauert Die Leute denken sich auch, was das Bildschirten sind Die springen das so lange, wirst du nicht mehr können Meine Finger fallen ab Von was denn? Nein! Zurückgelaufen und runtergefallen Ich merke jetzt schon, wie man Zigarettenkonsum steigt Oh ja Hast du es schon wieder geschafft, ohne den Block wegzumachen? Ne, ich hab den Block diesmal weggemacht gehabt Wollen wir aber wieder hin Oh man Ja Ja Das gibt's nicht Oh ja Wuhuu Hast du geschafft? Nur noch eins Warte, muss ich hier auch was machen? Ne, oder? Ist da ein Schalter? Ich seh keinen Oh, unter mir ist doch Licht Ach nee, da hinten ist ein Schalter, okay Andere Seite Ich glaub das ist der nächste Checkpoint Betätige mal den Schalter Hab ich Und? Okay Checkpoint, fine Fixed it Dann warte dort auf mich I know you can see that Chest over there If you play in co-op Only one person showed b-bonus Welchen bonus? ein neues das soll es sein ok ok du hast mich runter geschobbt habe ich gar nicht ständig stinkstiefel mein gott es geht an mein herz ich probiere trotzdem jetzt mal in die kiste zu kommen was gibt es da zum glück bin ich nicht hin aber ich habe es geschafft das beweist wie gut ich bin ach so weil man darf weiße wolle weg machen ja ok und woanders hinsetzen nein nein da wieder hinsetzen wo sie war ok einer hast du wieder hingesetzt wo sie war ja ja umstunden handeln liebe freunde ich warte hier und kommentiere das ganze willkommen an diesem wunderschönen abend auf der epic jump map mit andré und michael michael bereitet sich schon wieder auf die nächsten springe vor er steht vor einem großen sprung er holt noch mal tiefluft und er springt und er schafft es sehr gut da kommt auch schon der nächste sprung wird das diesmal widerschaft und rennt er springt erst drüben jawohl der nächste er guckt und packt ganz knapp liebe freunde liebe freunde ganz knapp und der nächste sprung auch geschafft es fehlen nur noch zwei sprünge und jetzt kommt der letzte der alles entscheidende final sprung wisst ihr auf die linke der rechte karte gesprungen ja das ist das große geheimnis und er kommt er und er hat es geschafft hier high five party bitches dd 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 n nimm den boot und los geht es okay so wo müssen wir denn hin AAAAAAH Was ist denn drin? Warte, hier sind Schilder Und ein Hebel Mach mal den Hebel Flip the lever and then close it after 5 seconds and go Sollte irgend... No, nein, mein Boot ist kaputt Wie ist es kaputt gegangen? Ich bin gegen einen Zaun gefahren Weil ich zu dir geguckt habe Okay In Coop Only one person have to Do in... Was steht da? Ich kann es nicht lesen wegen dem Strich One person have to do in time There's a switch on the other side That opens the gate Ah, okay Wenn du drüben bist Da muss dann ein Schalter sein Flip the lever And then close it after 5 seconds and go Schwimm jetzt einfach mal und gucke Wir hätten uns vielleicht mehr Boote mitnehmen So Warte, ich geh gucke Aber hier ist keiner Warte Passiert da irgendwas? Ja, ein Zaun... Jetzt ist offen Aber jetzt ist wieder zu Ich glaube Drück nochmal drauf Aber hier ist kein anderer Schalter Also hier steht Also hier steht Wenn man im Coop ist Kann nur einer das in der Zeit schaffen Switch Switch The other side That opens the gate Aber hier auf der anderen Seite ist keiner Oder ganz da drüben Aber da sehe ich keinen Oder ich bin blind Oder ich bin blind Wahrscheinlich musst du wirklich Leg dir das Boot hin Drück den Schalter Und fahr direkt gerade los Guck ob das schaffst Ja, da steht 5 seconds Angeschaltet lassen Und dann ausmachen und los Dann gib Gummi Weil ich sehe hier keinen Schalter Okay 3 4 5 Los, los, gib Gas Das Tor ist offen Soll ich dir in die Kisten reingucken oder nicht? Jetzt ist schon wieder zu Das kannst du gar nicht schaffen Jetzt wieder offen Du musst dich beeilen Haha Kaputt Was kaputt Mein Boot So So was haben wir denn hier All night in the blue Did you all see that one too? Was? A light in the blue Did you all see that one too? A light in the blue Did you all see that one too? Ah, da unten Did you all see that one too? Ah, da unten Gehen wir mal dem Licht nach Gehen wir mal dem Licht nach Ein Häuschen Gehen wir mal dem Licht nach Müssen wir da jetzt rein? Runter oder was? Ja, aber da ist nichts Da steht Trololololololol Und wieder wurden wir verarscht Äähähähähähäh Von vorne Da wo du als letztes abgesprungen bist Dachst du nochmal drauf Auf Yes, yes, y'all Mario's house I would accept Oh yeah Geht nicht auf Mano Aber ich würde sagen Insel 1 haben wir Jetzt sind wir bei Mario's house Und das gucken wir uns dann in der nächsten Folge an Denkt dran Sockenaus los geht's Euer Pixel Blackground Team Haut rein Ciao e